Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hans Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und der Tina auf der alten Map unterwegs. Wir hatten eine super aufregende, actionreiche und auch super spannende Runde, in der ein kleines Missgeschick passiert ist. Was genau passiert ist, müsst ihr euch natürlich jetzt angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Da ist die Afto. Ja. Darf ich dran riechen, Tina? Ich habe die schon so lange nicht mehr in der Hand. Oh mein Gott. Oh, ich habe so einen Zug. Darf ich dran riechen? Dann nimm ihn hin. Oh, gut. Handwasch sei frei. Der Motor Tare. Ja, eigentlich sollte der ein Afto bekommen. Ein Afto. Haha, ein Afro. Wir haben nur noch Afto im Kopf. Ja gut, ich meine, wenn du pleite bist, muss es ja nicht gleich Prestige zu drücken. Du kannst ja auch, wenn du pleite bist, kannst du ja Kohle verdienen. Du musst ja nur Quickplay spielen oder gehst halt mit billigen Waffen rein oder so. Ja, das ist ja auch. Ja. Ja, Free Hunter und Bow. Ja. Die Link? Ja. 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 Aus Slaughter sind welche? Aus Lautern? Ja, aus Lautern. Ja, aus Lautern. Ja. Aus Slaughter. Ja, aus Slaughter wird zu feb- Oh nein, es wird Cyprus. Wahrscheinlich ist Cyprus unsere erste sensationelle Runde jetzt. Es wird so kommen. Wer hat da was gepinkt? Ich habe Raben gepinkt. Ah. Die sind schon da. Oh nein. Ich höre Rückier. Scheiße. Ab zu meinem Lieblings-Compound. Ich gehe rechts rum. Ich auch. Oh, Immo. Ich gehe jetzt hier durch. Ich mach dir jetzt da drin platt. Da durch? Das hören die doch. Du musst doch hier rumgehen. Nee, ist offen. Ist offen. Achso. So, so, so. Oben rauf, oben rauf. Oben, ja. Oben, ja. Ist nur eine Sticky. Oh, der stirbt nicht. Wir legen ja Tote. Hat hier mal ne Auferkarte? Ne Auferkarte. Hält oben. Hält oben. Einer wird gehoben, glaube ich. Hält oben. Dieser Scheiß-Kompound. Ist er mal nach oben? Nee. Ich hab's bisher nicht mehr gesehen. Nee. Ja, da hinten sind Hunter. Oben. Einer tot. Nice. Gasse. Und wo denn? Wo ich gepinkt hatte. Ja, ping doch nochmal. Ja, ping doch nochmal. Sag doch nochmal, meine ich. Da hinten. Ja, wir sind, also, ich möchte hier weg. Das ist scheiße hier. Das ist scheiße hier. Oh. Mann. Mh. 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 Norden, Nordosten. Habe ich eine angeschossen? Ja. Ja. Und jetzt wirft er was. Huputel. Huputel. Einer ist unter mir. Oh, da war er. Der Drecksack. Oh Mann. Bitte nicht durch die Decke schießen. Dann machen sie die ganze Zeit. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Aber so verbrauchen sie auch ihre, ähm, ihre Sicht. Da war einer hinterm Zaun, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich war eigentlich nach links gelaufen. Durch die Wand. Oh, scheiße. Also die Decke. Ich war nicht durch die Decke, 25 Meter. Komm, Haus. Ja! Mann, ey, alle. Als nicht benutzt. Mann, ey! 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 Oh ne. Dahinter? Ja, ich versuch. Oh, Mama mia. Es ist der letzte Schmutz-Compound. Sorry, aber man muss es so sagen. Hallo. Hat Hit. Einen habe ich da unten. Oh, nice, nice, nice. Oh, nice. Das macht er echt gut hier draußen, der... Ich weiß halt nicht, wo ich hinten soll. Ich höre ihn. Der läuft jetzt, der ist hier auf meiner Höhe Richtung Nordosten. Hat Hit. Oh, okay. Ich höre ihn. Oh, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Soll ich seine Mates hier oben anzünden? Ja. 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 Das ist jetzt nicht so großartig. sommer ist hier oben meiner drin von wo wurde ich denn beschossen von hier unten aus dem bossraum das tor rausgegangen das fenster ist aufgegangen oder zu auf das war zu ich bin reingefallen oh nein du hast eine afg du mach was ich habe einen da muss die erst runterfallen bevor ihr was passiert obwohl doch die hat was sind das für eine muni ach nein der acht scheiße im moment absoluter hasst und ihr habt gesehen warum das ist ein so schlimmer compound es ist so schwierig hier zu feiten weil du durch jede ritze erschossen wird so tschüss ich gehe schon mal ich möchte hier nicht mehr sein hoch oder catfish ich bin so unentschlossen catfish das darf doch macht was habe ich das gesagt ja also das war schon hart an der grenze die runde ich war schon ich war schon kurz vorm verzweifeln als obendrauf gestanden habe und überall die schüsse her kamen vor allem obendrauf ist halt miss mehr schießen dadurch die ritzen du hast halt wenn du dort den boss machst und bleibst unten drin dann hast du gute chancen ja ist einfach so und da das haben die jungs da drin gut gemacht keine frage auch wenn viele jetzt sagen wir die haben ja nur gekämpft aber was willst du denn da machen es ist halt schwierig bei so einem compound und du bist halt nicht und halt nicht jeder hat jetzt irgendwie das aim dass er sagen kann ich jetzt draußen rum und jeder schuss ist ein treffer das funktioniert halt manchmal nicht gerade wenn du so runden hast wie wir dann bist du noch verunsichert und dann weiß nicht wie das ausgegangen wäre wenn wir da drin gehockt hätten da verschwanz ich mich auch lieber ganz ehrlich ich finde es immer schwierig wenn wenn gestern hatten wir auch so ein paar war doch im stream gell das war im stream der hat mir sogar auf die pinwand geschrieben bei steam dass wir halt kämpfen würden dabei haben wir gar nicht gekämpft und ich finde man sollte das spiel so spielen wie man das spielen möchte und nicht wie das andere vorgeben du musst jetzt das und das so und so machen das ist ja bullshit klar vor allem wenn du einen schlechten tag hast dann sitzt du halt gerne mal im compound und kämpfst weil du einfach mal eine runde gewinnen willst um dann so ein bisschen aufschwung zu bekommen was ne runde können wir mal kids speichern bitte ja warum lachst du da da sieht man mein drop der war wichtig ja der war so wichtig du hast ne auto gg augenisch schmeckt nix mehr das war ein 8 kills es kam jetzt nicht wie 8 kills vor ich hab jetzt also maximum vier hätte ich gedacht waren es weil ich habe das gar nicht mitgekriegt was ihr da hinten gemacht habt ja was für eine runde ich habe das eben am ende wo wir richtung ausgang gelaufen sind extra noch mal drin gelassen und zwar ich werde immer oder wir werden ganz oft bestimmt beschimpft als camper oder sonst irgendwas oder dass wir weg laufen oder keine ahnung was und auch beleidigt also wirklich hart beleidigt aber wenn man jemanden beleidigt wenn man irgendwie sagt du kämpfst ja nur oder sonst irgendwas man muss das ganze mal hinterfragen man muss mal hinterfragen was hatte derjenige für ein handtag hatte der vielleicht einen beschissenen handtag und ist jetzt verunsichert und handelt deshalb so oder hat er jetzt eine bounty und sitzt deswegen im compound und der compound ist halt schwierig zu bespielen das sind halt sachen jeder sollte das spiel so spielen dürfen wie er möchte und dafür ist das spiel da es gibt ja keine vorschriften das ist ja kein e-sport game wo du gesagt bekommst hier so und so lange hast du noch zeit klar gibt es eine zeit aber das ist halt 45 minuten und in den 45 minuten kannst du machen was du willst und gerade die leute die einen beschimpfen von wegen camper im compound und sowas dann sollen sie noch reinkommen das ist eben jeder soll so spielen wie er möchte und jeder muss erstmal hinterfragen warum und weshalb eben hatten wir auch eine runde der axel die sonja und ich da hat der eine gesagt wir haben auch gegeneinander gespielt heute und da seid ihr weggelaufen vom fight so vorwurfsvoll aber die wissen halt nicht waren wir low waren wir nicht low haben wir keine ahnung was gehabt das weiß man eben nicht und das finde ich immer ein bisschen lame wenn man dadurch beleidigt wird oder jemand deswegen beleidigend wirkt so genug gelabert kommen wir zur runde tinas job sensationell war keine absicht natürlich nicht aber sie hatte die auto und hat dann natürlich einen weg geholt richtig richtig gut gemacht ich habe dann noch gesagt ich stand draußen habe gesagt sie hat gesagt ich bin runter gefallen und dann meinte ich du hast eine auto mach was und dann hat sie was gemacht und sonja hat die auch sensationell weg geholt ich merke schon wieder chaos das auto es tut mir leid wir haben schon wieder nach 0 uhr und ich sollte tatsächlich früher meine videos schneiden ich bin so ein schluri manchmal ja ich hoffe ihr hattet spaß mit der runde wir sehen uns heute mittag ab 14 uhr im stream auf twitch würde mich sehr sehr freuen euch zu sehen 1049.de heiße ich dort genauso wie hier was gibt es noch zu sagen game.de ist unten verlinkt die haben wir den teamspeak extra für euch zur verfügung gestellt könnt ihr mal besuchen gerade wenn ihr selber teamspeak machen bei root server games web server etc sucht seid an einer super adresse holy energy ist unten verlinkt eine gesunde alternative zu red bull monster kein zucker kein scheiß nur natürliche inhaltsstoffe guckt euch mal an ich bin mega begeistert unten der link und zwei rabattcodes unser discord ist unten verlinkt und nun habt einen ganz ganz tollen tag wir sehen uns ab 14 uhr auf twitch oder morgen 9.30 Uhr auf youtube tschüss